Es ist so schön, dass wir ans Meer gefahren sind. Ich liebe das Meer. Ich mag den Strand und die Wellen und auch die Möwen. Ich mag den Strand und die Wellen und auch die Möwen. Ja, das weiß ich. Ich mag es auch. Wollen wir baden gehen? Ich möchte erst ein bisschen in der Sonne liegen. Willst du nicht mit ins Wasser kommen? Na gut, dann sonne ich mich nach dem Schwimmen. Prima! Das Wasser ist ziemlich kalt. Ach, das fühlt sich nur am Anfang so an. Wenn du erst mal im Wasser bist, ist es schön. Soll ich dich nass spritzen? Soll ich dich nass spritzen? Nein, auf keinen Fall. Das mag ich überhaupt nicht. Es ist so schön im Wasser. Trau dich und komm rein! Trau dich und komm rein! Uh, es ist recht kalt. Aber ich springe jetzt einfach rein. Komm, wir schwimmen ein Stück. Wenn du dich bewegst, wird dir wärmer. Wenn du dich bewegst, wird dir wärmer. Ich wetter, ich schwimme viel schneller als du. Ich wette, ich schwimme viel schneller als du. Das glaube ich nicht. Versuch doch, mich einzuholen. Kannst du mir mein Handy geben? Was willst du machen? Ich will mir die Seite von der VHS anschauen. Was ist die VHS? Das ist die Volkshochschule. Dort finden abends oder am Wochenende interessante Kurse statt. Welche Art von Kursen? Du kannst Sprachen lernen, einen Schulabschluss nachholen oder dich im Bereich Wirtschaft weiterbilden. Es gibt auch Kurse im Bereich Kultur oder Gesundheit. Das Programm ist vielfältig. Suchst du etwas Bestimmtes? Suchst du etwas Bestimmtes? Ich interessiere mich für Fotografie. Und ich möchte Yoga ausprobieren. sind die Kurse teuer? Nein, sie sind nicht teuer. Das ist der Vorteil an der Volkshochschule. Das ist der Vorteil an der Volkshochschule. Hier kann jeder etwas dazulernen. Schau mal, hier sind Kurse zum Thema Fotografie. Was bedeutet der rote Kreis dort? Oh, dann ist der Kurs schon ausgebucht. Schade, aber ich melde mich trotzdem an. Aber ist das sinnvoll? Dann komme ich auf die Warteliste. Vielleicht wird noch ein Platz frei. Ja, das solltest du probieren. Jetzt schaue ich noch nach Yoga-Kursen. Hast du schon mal Yoga gemacht? Nein, hier ist ein Kurs, der mich interessiert. Er findet mittwochs statt. Hast du mittwochs Zeit? Ja, der Kurs startet schon in der nächsten Woche. Und es sind noch Plätze frei. Wie lange geht der Kurs? Es sind zehn Termine. Also geht der Kurs über zehn Wochen. Ich werde mich gleich anmelden. Ich werde mich gleich anmelden. Das klingt gut. Meinst du, ich könnte auch mitmachen? Meinst du, ich könnte auch mitmachen? Natürlich. Soll ich dich gleich mit anmelden? Ja, das wäre super. Danke. Hallo Linda, wie war es in der Schule? Wir haben heute über Haustiere gesprochen. Wir haben heute über Haustiere gesprochen. Viele Kinder aus meiner Klasse haben ein Haustier. Warum haben wir keins? Ich weiß es nicht. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Ich möchte ein Haustier. Was für ein Tier möchtest du denn? Am liebsten hätte ich ein Pferd. Das geht nicht. Wir haben nur eine Wohnung und keinen Bauernhof. Ein Pferd braucht viel Platz und eine Weide. Julia hat gesagt, dass man auf einem Reiterhof einen Platz für ein Pferd mieten kann. Nein, ein Pferd geht nicht. Du musst dir etwas anderes überlegen. Dann möchte ich einen Hund. Einen Hund? Mit dem musst du jeden Tag rausgehen. Du musst ihm Futter kaufen. Und Steuern muss man für einen Hund auch zahlen. Wie wäre es mit einer Katze? Mein Katzen mag ich nicht. Es wäre gut, wenn es ein kleines Tier ist. Es sollte einen Platz in deinem Zimmer bekommen. Wie wäre es mit einem Wellensittich? Nein, ich will keinen Vogel. Würden dir Fische in einem Aquarium gefallen? Nein, Fische finde ich zwar schön, aber langweilig. Ich habe eine Idee. Wir gehen in ein Zoogeschäft und schauen uns um. Wir gehen in ein Zoogeschäft und schauen uns um. Vielleicht finden wir ein Tier, das dir gefällt. Schau mal die Fische. Sie sind so schön. Mama, ich habe schon gesagt, dass ich keine Fische will. Aber ich habe etwas anderes gesehen. Ja, was denn? Hier sind Hasen und Meerschweinchen. Ja, die sind sehr niedlich. Die Meerschweinchen gefallen mir. Kann ich eins haben? Ja, warum nicht? Fragen wir mal. Können Sie uns etwas über Meerschweinchen erzählen? Wir haben keine Erfahrung mit Haustieren. Wir haben keine Erfahrung mit Haustieren. Dann eignen sich Meerschweinchen sehr gut. Dann eignen sich Meerschweinchen sehr gut. Sie sind sehr leicht zu halten. Sie brauchen einen Stall oder Käfig. Was fressen Sie? Pflanzen fressen Sie. Gras, Karotten, Gurke und Heu. Ich will ein Meerschweinchen mitnehmen. Es wäre besser, wenn Sie zwei oder drei Meerschweinchen nehmen. Warum? Meerschweinchen leben in Gruppen. Es ist schlecht für Sie, allein zu sein. Dann können Sie krank werden. Sie brauchen Gesellschaft. Sie brauchen Gesellschaft. Ja, das verstehe ich. Was brauchen wir alles für die Meerschweinchen? Sie brauchen einen Käfig. Darin sollten ein oder zwei Häuschen sein. Meerschweinchen verstecken sich gern. Dann müssen ein Futternapf und eine Trinkflasche hinein. Dann müssen ein Futternapf und eine Trinkflasche hinein. Sie brauchen ein Streu und natürlich Futter. Das sollte Heu und etwas Trockenfutter sein. Das können wir alles bei Ihnen bekommen? Ja. Soll ich es für Sie holen? Das wäre nett. Inzwischen suchen wir uns zwei Meerschweinchen aus. Inzwischen suchen wir uns zwei Meerschweinchen aus. Haben Sie sich schon einige Tiere ausgesucht? Ja, ich möchte das Schwarze und das mit dem Fleck auf den Kopf. Die sind sehr niedlich. Ich setze sie in den Käfig. Ich habe alles darin vorbereitet. Danke. Das ist sehr nett. Jetzt müssen wir nur noch bezahlen. Hallo, Johnny. Was machst du? Ich spiele mit der Xbox. Welches Spiel spielst du? Ich spiele Forza Horizon. Was für ein Spiel ist das? Das ist ein Autospiel. Man kann mit den Autos überall entlangfahren. Man kann sehr viele Autos auswählen. Was ist das Besondere an diesem Spiel? Das Spiel ist realistisch. Die Grafik ist toll. Online-Spiele sind auch dabei. Man kann gemeinsam Rennstrecken fahren. Gewinnst du oft? Selten. Die Mitspieler sind gut. Ich muss noch mehr üben. Du verbringst viel Zeit damit. Geht das nicht auf Kosten der Hausaufgaben? Du gehst doch gerade erst in die fünfte Klasse. Videospiele machen Spaß ohne Ende. Man kann nie genug spielen. Manchmal mache ich die Hausaufgaben nicht. Ich verbringe viel Zeit mit dem Spielen. Was sagen deine Eltern dazu? Sie sind damit nicht einverstanden. Die wollen mir die Xbox wegnehmen, wenn ich weiter die Hausaufgaben vergesse. Ich will aber weiter spielen. Du weißt, wie wichtig die Schule ist. Ohne gute Noten kannst du keine gute berufliche Zukunft haben. Das Wissen in der Schule brauchst du für dein weiteres Leben. Du hast recht. Mama und Papa haben beschlossen, dass ich ab nächster Woche nur zwei Stunden am Tag spielen darf. Am Wochenende habe ich mehr Freizeit und darf mehr spielen. Deine Eltern wollen das Beste für dich. Du verschwendest viel Zeit mit dieser Konsole. Das lange Sitzen ist nicht gesund. Du kannst mit uns Kartenspiele spielen. Du bist dann nicht allein vor dem Fernseher. Probier mal aus, etwas mit uns zu spielen. Okay, das ist mal eine Idee. Ich habe noch eine bessere Idee. Mit diesen Kontrollern kann man zu viert spielen. Du hast zur Auswahl Fußball und Autorennen. Ja, aber Autorennen und Fußball machen nicht jedem Spaß. Wie wäre es mit einem Volleyballspiel? Das Wetter wird sonnig und warm. Ich bin dabei. Ich möchte gerne Volleyball spielen. Die Xbox kann ein bisschen warten. Es ist so schön, dass wir ans Meer gefahren sind. Ich liebe das Meer. Ich mag den Strand und die Wellen und auch die Möwen. Ja, das weiß ich. Ich mag es auch. Wollen wir baden gehen? Ich möchte erst ein bisschen in der Sonne liegen. Willst du nicht mit ins Wasser kommen? Na gut, dann sonne ich mich nach dem Schwimmen. Prima. Das Wasser ist ziemlich kalt. Ach, das fühlt sich nur am Anfang so an. Ach, das fühlt sich nur am Anfang so an. Wenn du erst mal im Wasser bist, ist es schön. Soll ich dich nass spritzen? Soll ich dich nass spritzen? Nein, auf keinen Fall. Das mag ich überhaupt nicht. Es ist so schön im Wasser. Trau dich und komm rein. Huh, es ist recht kalt. Aber ich springe jetzt einfach rein. Komm, wir schwimmen ein Stück. Wenn du dich bewegst, wird dir wärmer. Wenn du dich bewegst, wird dir wärmer. Ich wetter, ich schwimme viel schneller als du. Ich wetter, ich schwimme viel schneller als du. Das glaube ich nicht. Versuch doch, mich einzuholen. Kannst du mir mein Handy geben? Was willst du machen? Ich will mir die Seite von der VHS anschauen. Ich will mir die Seite von der VHS anschauen. Was ist die VHS? Das ist die Volkshochschule. Dort finden abends oder am Wochenende interessante Kurse statt. Dort finden abends oder am Wochenende interessante Kurse statt. Welche Art von Kursen? Du kannst Sprachen lernen, einen Schulabschluss nachholen oder dich im Bereich Wirtschaft weiterbilden. Es gibt auch Kurse im Bereich Kultur oder Gesundheit. Das Programm ist vielfältig. Suchst du etwas Bestimmtes? Suchst du etwas Bestimmtes? Ich interessiere mich für Fotografie. Und ich möchte Yoga ausprobieren. Sind die Kurse teuer? Nein, sie sind nicht teuer. Das ist der Vorteil an der Volkshochschule. Hier kann jeder etwas dazu lernen. Schau mal, hier sind Kurse zum Thema Fotografie. Was bedeutet der rote Kreis dort? Oh, dann ist der Kurs schon ausgebucht. Schade, aber ich melde mich trotzdem an. Aber ist das sinnvoll? Dann komme ich auf die Warteliste. Vielleicht wird noch ein Platz frei. Ja, das solltest du probieren. Jetzt schaue ich noch nach Yoga-Kursen. Hast du schon mal Yoga gemacht? Nein, hier ist ein Kurs, der mich interessiert. Er findet mittwochs statt. Hast du Mittwochs Zeit? Ja, der Kurs startet schon in der nächsten Woche. Und es sind noch Plätze frei. Wie lange geht der Kurs? Es sind zehn Termine. Also geht der Kurs über zehn Wochen. Ich werde mich gleich anmelden. Ich werde mich gleich anmelden. Das klingt gut. Meinst du, ich könnte auch mitmachen? Natürlich. Soll ich dich gleich mit anmelden? Ja, das wäre super. Danke. Hallo Linda. Wie war es in der Schule? Wir haben heute über Haustiere gesprochen. Wir haben heute über Haustiere gesprochen. Viele Kinder aus meiner Klasse haben ein Haustier. Warum haben wir keins? Ich weiß es nicht. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Ich möchte ein Haustier. Was für ein Tier möchtest du denn? Am liebsten hätte ich ein Pferd. Das geht nicht. Wir haben nur eine Wohnung und keinen Bauernhof. Ein Pferd braucht viel Platz und eine Weide. Julia hat gesagt, dass man auf einem Reiterhof einen Platz für ein Pferd mieten kann. Nein, ein Pferd geht nicht. Du musst dir etwas anderes überlegen. Dann möchte ich einen Hund. Einen Hund? Mit dem musst du jeden Tag rausgehen. Du musst ihm Futter kaufen. Und Steuern muss man für einen Hund auch zahlen. Und Steuern muss man für einen Hund auch zahlen. Wie wäre es mit einer Katze? Mein Katzen mag ich nicht. Es wäre gut, wenn es ein kleines Tier ist. Es sollte einen Platz in deinem Zimmer bekommen. Wie wäre es mit einem Wellensittich? Nein, ich will keinen Vogel. Würden dir Fische in einem Aquarium gefallen? Mein Fische finde ich zwar schön, aber langweilig. Ich habe eine Idee. Wir gehen in ein Zoogeschäft und schauen uns um. Wir gehen in ein Zoogeschäft und schauen uns um. Vielleicht finden wir ein Tier, das dir gefällt. Schau mal die Fische. Sie sind so schön. Mama, ich habe schon gesagt, dass ich keine Fische weh. Aber ich habe etwas anderes gesehen. Ja, was denn? Hier sind Hasen und Meerschweinchen. Ja, die sind sehr niedlich. Die Meerschweinchen gefallen mir. Kann ich eins haben? Ja, warum nicht? Fragen wir mal. Können Sie uns etwas über Meerschweinchen erzählen? Wir haben keine Erfahrung mit Haustieren. Wir haben keine Erfahrung mit Haustieren. Dann eignen sich Meerschweinchen sehr gut. Dann eignen sich Meerschweinchen sehr gut. Sie sind sehr leicht zu halten. Sie brauchen einen Stall oder Käfig. Was fressen Sie? Pflanzen fressen Sie. Gras, Karotten, Gurke und Heu. Ich will ein Meerschweinchen mitnehmen. Es wäre besser, wenn Sie zwei oder drei Meerschweinchen nehmen. Warum? Meerschweinchen leben in Gruppen. Es ist schlecht für Sie, allein zu sein. Es ist schlecht für Sie, allein zu sein. Dann können Sie krank werden. Sie brauchen Gesellschaft. Sie brauchen Gesellschaft. Ja, das verstehe ich. Was brauchen wir alles für die Meerschweinchen? Sie brauchen einen Käfig. Darin sollten ein oder zwei Häuschen sein. Meerschweinchen verstecken sich gern. Dann müssen ein Futternapf und eine Trinkflasche hinein. Sie brauchen ein Streu und natürlich Futter. Das sollte Heu und etwas Trockenfutter sein. Das können wir alles bei Ihnen bekommen? Ja. Soll ich es für Sie holen? Das wäre nett. Inzwischen suchen wir uns zwei Meerschweinchen aus. Haben Sie sich schon einige Tiere ausgesucht? Ja, ich möchte das Schwarze und das mit dem Fleck auf den Kopf. Die sind sehr niedlich. Ich setze sie in den Käfig. Ich habe alles darin vorbereitet. Danke, das ist sehr nett. Jetzt müssen wir nur noch bezahlen. Hallo, Johnny. Was machst du? Ich spiele mit der Xbox. Welches Spiel spielst du? Ich spiele Forza Horizon. Was für ein Spiel ist das? Das ist ein Autospiel. Man kann mit den Autos überall entlang fahren. Man kann sehr viele Autos auswählen. Was ist das Besondere an diesem Spiel? Das Spiel ist realistisch. Die Grafik ist toll. Online-Spiele sind auch dabei. Man kann gemeinsam Rennstrecken fahren. Gewinnst du oft? Selten. Die Mitspieler sind gut. Ich muss noch mehr üben. Du verbringst viel Zeit damit. Geht das nicht auf Kosten der Hausaufgaben? Du gehst doch gerade erst in die fünfte Klasse. Videospiele machen Spaß ohne Ende. Man kann nie genug spielen. Manchmal mache ich die Hausaufgaben nicht. Ich verbringe viel Zeit mit dem Spielen. Was sagen deine Eltern dazu? Sie sind damit nicht einverstanden. Die wollen mir die Xbox wegnehmen, wenn ich weiter die Hausaufgaben vergesse. Ich will aber weiter spielen. Du weißt, wie wichtig die Schule ist. Ohne gute Noten kannst du keine gute berufliche Zukunft haben. Das Wissen in der Schule brauchst du für dein weiteres Leben. Du hast recht. Mama und Papa haben beschlossen, dass ich ab nächster Woche nur zwei Stunden am Tag spielen darf. Am Wochenende habe ich mehr Freizeit und darf mehr spielen. Deine Eltern wollen das Beste für dich. Du verschwendest viel Zeit mit dieser Konsole. Das lange Sitzen ist nicht gesund. Du kannst mit uns Kartenspiele spielen. Du bist dann nicht allein vor dem Fernseher. Probier mal aus, etwas mit uns zu spielen. Okay, das ist mal eine Idee. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe vier Controller. Mit diesen Controllern kann man zu viert spielen. Du hast zur Auswahl Fußball und Autorennen. Ja, aber Autorennen und Fußball machen nicht jedem Spaß. Wie wäre es mit einem Volleyballspiel? Das Wetter wird sonnig und warm. Ich bin dabei. Ich möchte gerne Volleyball spielen. Die Xbox kann ein bisschen warten. Entschuldigen lassen. Also, ich möchte gerne mal einsetzen. Vielen Dank.